Südtirol. Hier leben und arbeiten wir im Einklang mit der Natur. In Meran, inmitten eines der größten Apfelanbaugebiete Europas, produzieren wir Fruchtsäfte, Fruchtmark, Konzentrate und Aromen für die weltweite Fruchtsaft-, Babynahrungs- und Lebensmittelindustrie. Was in den 50er Jahren als kleiner familiärer Apfelbetrieb für Säfte und Limonaden begann, ist heute ein international agierendes Unternehmen, das auf den Einsatz von Spitzentechnologie sitzt. Heute produzieren wir jährlich 100.000 Tonnen Halbwaren für unsere internationalen Kunden und 3 Millionen Liter Säfte und Getränke für den heimischen Markt. Hand in Hand mit den Obstbauern. Die Betreuung unserer Bauern und die konstante Überwachung des Reife- und Produktionsprozesses sind ausschlaggebend für die Top-Qualität unserer Produkte. Unsere Agronomen arbeiten eng mit ausgewählten Landwirten zusammen und beraten sie Schritt für Schritt. Von der Blüte bis zur schonenden Ernte im konventionellen, im kontrollierten und im biologischen Anbau. Und auch von der Blüte bis zur schonenden Ernteilung. 180.000 Tonnen Kern- und Steinobst, Beeren und Tomaten verarbeiten wir jährlich zu Fruchtsäften, Fruchtsaftkonzentraten, Fruchtmark, Fruchtmarkkonzentraten und natürlichen Aromen. Zur Erreichung unserer hohen Qualitätsansprüche ist es entscheidend, dass nur hochwertige Rohwaren angeliefert und sofort verarbeitet werden. Die Früchte werden behutsam vorgereinigt, mehrmals gewaschen und auf Sortierbändern maschinell und handverlesen. Während der Hochsaison arbeiten wir im Schichtbetrieb 24 Stunden, 7 Tage die Woche, an verschiedenen Verarbeitungslinien gleichzeitig. Zur Fruchtmarkherstellung werden die optimal gereiften Früchte entsteint und passiert. Unsere nahhaften und hochwertigen Fruchtmarkkonzentrate stellen wir mittels eines speziell entwickelten Niedertemperaturverfahrens her. Bei der Saftherstellung kommen unsere 16 pneumatischen Pressen zum Einsatz, mit denen wir Saft von bester Qualität produzieren. Zur schonenden Konzentratherstellung setzen wir modernste Anlagen ein und entziehen dem frischen Saft Wasser durch Erhitzen unter Vakuum. Das Ergebnis sind Konzentrate von höchster Güte. Für den reibungslosen Ablauf während der sechs Monate Hauptsaison investieren wir kontinuierlich in die Optimierung der Produktionsabläufe. Innovative Technologien, modernste Verarbeitungslinien und das Know-how unserer 200 Mitarbeiter machen uns zu einem hocheffizienten Partner für die gesamte Lebensmittelindustrie. Tank für Tank, Fass für Fass ausgezeichnete Produktqualität – das ist unser Versprechen an unsere Kunden. Wir garantieren maßgeschneiderte Produkte nach individuellen Wünschen und Spezifikationen unserer Kunden. Diese erreichen wir durch eine rigorose Wareneingangskontrolle, eine schonende Verarbeitung und Lagerung, sowie durch die gewünschte Komposition aus Farbe, Viskosität, Fruchtzucker, Fruchtsäure, Geruch und Geschmack. Unser oberstes Ziel ist die Gewährleistung konstanter Spitzenqualität unserer Halb- und Fertigwaren. Jede Charge, die das Haus verlässt, muss vorher durch eine strenge sensorische und analytische Kontrolle der Qualitätssicherung freigegeben werden. Bei Qualität machen wir keine Kompromisse. Davon sind wir überzeugt. Und unabhängige Prüfer auch. Wir lieben unsere Umwelt und leisten unseren Beitrag zu ihrem Erhalt. Durch die Verbrennung sämtlicher Fruchtrückstände generieren wir Energie in Form von Dampf, mit dem wir 30% unseres Wärmebedarfs abdecken. Darüber hinaus setzen wir auf Stromgewinnung durch den Einsatz von Photovoltaik-Panelen. Stets bereit zur Just-in-Time-Auslieferung. Wir lagern über 60 Millionen Liter Säfte, Konzentrate und Fruchtmark in mehr als 1000 Tanks, aseptisch und bei kontrollierter Temperatur. Unser großes Tanklager ist unser Garant für ganzjährig gleichbleibende Qualität und für die Realisierung kundenspezifischer Produkte. Auch bei der Verpackung erfüllen wir alle Kundenwünsche. Unsere Produkte liefern wir in aseptischen Gebinden wie Fass, Container oder Bag-in-Box. Und wir verladen im klassischen Tankzug. Ebenso sind gemischte LKWs mit verschiedenen Produkten für uns eine Selbstverständlichkeit. Unsere moderne, nach dem neuesten Stand der Technik konzipierte Lagerhalle bietet Platz für ca. 50.000 Fässer, die zum Teil auch gekühlt und tiefgefroren gelagert werden können. Sie erstreckt sich über drei Ebenen und erfüllt mittels einer RFID-Datenerfassung alle Voraussetzungen für eine optimale Ein- und Auslagerung und einen bestmöglichen Qualitätserhalt. Zwischen Auftragserhalt und Verladung vergehen maximal 72 Stunden, bis unsere Waren ihre Reise zu unseren Kunden in aller Welt antreten. Für unsere Kunden zu Hause in Südtirol produzieren wir eine große Ausgabe. Auswahl an schmackhaften Säften, Nektaren und Limonaden – jede Sorte der reinste Genuss. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unseren Kunden Spitzenqualität zu bieten, für sie gesunde Nahrung zu produzieren und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Dafür stehen wir, dafür steht Zipperle. 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 Vielen Dank.